Ich assoziiere oder verbinde mit der Academy Familie, Freunde. Ich habe hier wirklich diese Familie gefunden. Ich habe den Spass wiedergefunden, so richtig die Sau rauslassen und trotzdem sehr viel lernen. Und ja, es macht mega Spass. Und dieses familiäre Verhältnis gibt einem auch die Sicherheit, sich zu öffnen, sich zu zeigen, so wie man ist, wo man Blockaden hat, was auch immer. Du bist einfach hier, du möchtest etwas verändern und das ist gut so. Ich habe gestartet mit einer gewissen Orientierungslosigkeit. Was möchte ich? Ich bin noch sehr jung, ich weiß nicht, was ich tun möchte unbedingt. Und dann habe ich mich eigentlich sehr spontan angemeldet für diese Academy. Und jetzt stehe ich so mitten im Leben gefühlt. Alles läuft rund. Ich kann einfach diesen Spass jetzt leben, diese Lebensfreude, die ich eigentlich schon immer in mir hatte, kann ich jetzt auch wirklich zeigen. Und ja, ich habe sehr Spass im Leben. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich an zwei Stellen einfach so Führungspositionen übernehmen kann. Mehr oder weniger über Nacht ist das passiert und das ist schon sehr cool. Freude. Untertitelung des ZDF, 2020